Wir entnehmen vom Bauch unseres Patienten Fettgewebe. Nun werden wir dieses entnommene Fett in die Beine injizieren. Ihr könnt hier die markierten Stellen sehen, wo es etwas krumm ist und wir werden nun diese Zone mit ihrem eigenen Fett füllen. Hier könnt ihr sehen, dass an diesen Zonen Tiefen ist und die fallen auf. Wir werden in diese Gruben ihr eigenes Fett injizieren, um diese zu füllen.